18. Mai 2022 18. Mai 2022 Eintracht Frankfurt spielt im Europa League Finale und trifft auf den Rangers FC So, jetzt kommt die Mannschaft auf dem Platz Eintracht ganz hinweist Und die Eintracht ist da! Aus dem Rutsch oder nach wo du durchscheißen kannst Eintracht ist der Nationalen Los geht's! Ja, ein Anstoß! Einfach mal reingekostet! TUR! TUR! 1 zu 1 In einer Nacht im Mai Eintracht Frankfurt Trap ist da! Trap ist da! Trap! 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 Ein Favore kann Eintracht Frankfurt zum Europa-League-Sieger machen. Es ist 23.53 am 18. Mai. Mach es! Ein Elfmeter für den Fußball-Himmel. 42 Jahre haben wir gewartet auf diesen Moment. Rafa Bore, jetzt kommt der Anlauf. Rafa Bore, trifft! Tor! Ja, wir haben's! Wir haben's! Wir haben's! Europa League! Europa League! Europa League-Sieger! Ja! Das ist natürlich auch so großartig! Und es ist auch so gut. Es ist auch so gut. Er macht uns das. Und es ist auch so gut. Und es ist auch so gut. Aber es ist echt gut. Einer war, so ist der letzte Mann. 42 Jahre für den Jürgen. Eintracht Frankfurt ist Europa Cup-Sieger 2022.